hallo zusammen heute gibt es wieder mal was spannendes bis jetzt in die richtung wohin wir jetzt fahren habe ich noch nicht aufgenommen von der anderen seite schon da kann man auch mal aufnehmen wir sind auf der rechten seite und fahren richtung das man aus an rüdersheim und so weiter wir sind gerade aber in bändorf wie ich ja im s bändorf rüdersheim aber es daran eine so 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 ist die 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 400 Meter Zuglinie und 560 Tonnen Wies der Stau und 30 Meter Meter Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist noch ein Bild, wir sehen, was wir haben noch einen Auskunft. Na Kamera steht ein UV-filter. Mal schauen, was die Farbe ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sockebank Da bin ich ja fast fertig, fehlen nur acht oder neun Szenen, ja? Für sie im Traum Anfang. Da zerbreche ich mir den Kopf, was tue ich denn da rein? Das war gerade eben Oberbahnstein, der Sombahnhof. und davor Niederlandstein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich sehe, die Kamera kämpft sich mit schwierigsten Lichtverhältnissen, da sieht man ja, das Himmel sich permanent ändert, die Farbe, ist alles auf Automatikmodus eingestellt. Musik 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 Das ist ein paar Länge, also. Was tapen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Siva, Siva Siva, Siva, Siva Siva, Siva, Siva Siva, Siva, Siva Siva, 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 Siva Siva, 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 Siva Siva, 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 Siva Siva, 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 Siva Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zuckta Einflussung Zuckta Einfluss Zuckta Einfluss Zuckta Einfluss Zuckta Einfluss Zuckta Einfluss Untertitelung des ZDF, 2020 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 Och? Och? Eigentlich müsste es eine schöne Aufnahme sein, mal schauen, mal schauen. So, wir sind kurz vor Assmannhausen, kommen dann nach Rüdersheim. Eventuell nehme ich später noch auf Wiesbaden, von Wiesbaden bis der Schaffenburg. Ich habe bis jetzt nur ein einziges Mal aufgenommen, das war Winter, ich glaube vor zwei Jahren oder so. Wir haben uns auch mal auf Wiesbaden bis der Schaffenburg genommen. Ich denke mal, ich werde am 27. rausbrennen, ja, Traumjoblogführer. Da habe ich Geburtstag, ja. Leider bin ich noch ein Jahr älter geworden, Scheiße. Aber was soll man machen, ey? Da habe ich jetzt noch keine Ahnung mit dir. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 dass es geholfen hat und Dankeschön und so weiter. Das freut mich schon. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 9.90 Untertitelung des ZDF, 2020 Österwinkel, östrisch Winkel Österwinkel, österwinkel 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 Österwinkel, österwinkel